M140i, Slip-On-Anlage aus Titan. Für die OPF-Modelle M140 und M240. Beide Modelle haben einen unterschiedlichen Endschalldämpfer, also nicht verwechselnd. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, die Geräusche für den Innenraum einzustellen, von der Lautstärke her. Und normal natürlich mit ECE zugelassen und mit der Klappensteuerung kannst du die Klappe zwischen Komfort, Sport, Sport, Blut steuern. Weiterhin über den serienmäßigen Fahrerlebnisschalter. Schon sehr süß auf jeden Fall die Anlage. Ja, kann aber auf jeden Fall. Ja, natürlich. Sieht aber sehr kompakt klein aus. Genau. Großer Unterschied, definitiv. Eintragungsfrei zugelassen. Und die Slip-On-Variante ist aus Titan im Vergleich zu der Evolution-Variante. Das heißt, diese Slip-On-Anlage ist für die OPF-Modelle EC zugelassen. Wenn du ein Nicht-OPF-Modell hast, dann kriegst du die Evolution-Anlage. Die ist aber dann aus Edelstadt. Und seit Anfang letzten Monat darf man die, oder kann man die Evolution-Mittelrohre nicht mehr bestellen. Das heißt, wenn man den OPF rausholen möchte, kann man nicht mehr die Mittelrohre bestellen. Das hat jetzt so ein neues EU-Gesetz verboten, dass der Hersteller diese Teile auch nicht mehr verbauen darf. Entschuldigung, verkaufen darf. Und deswegen gibt es die nicht. Also ich habe davon einige bestellt und verkauft. Jetzt kann ich sie nicht mehr bestellen, weil dann müsste ja OPF rauskommen. Das wäre leider nicht erlaubt. Und deswegen hat der Hersteller gesagt, wir verkaufen da nicht. Und das wird nach und nach immer strenger, dass man das so kontrolliert, dass auch nur die legalen Sachen ins Land kommen dürfen. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.